guten tag und herzlich willkommen zum assassin's creed brotherhood eine wunderschöne kulisse hier ich sehe schon ich sehe schon ja wir haben letztens in der letzten folge glaube ich noch ein paar archädukte freigeschalten und haben jetzt auch wieder die möglichkeiten paar assassinen zu rekordieren weil wir noch einen turm freigeschalten haben wobei uns wobei uns jetzt wahrscheinlich noch einen weiteren turm holen werden und dann können wir die rechte kannst das ihnen alle rekrutieren dann können wir mal gucken was man alles zu machen kann so es gibt zwei aquädukte die man die man reparieren kann also ja das sind jetzt ist das lager der franzosen ist so ein bisschen außerhalb von rom das ist nicht direkt in rom ja wir laufen mal zu diesem adler aussichtsposten hin und kommen wir haben schwarzer engst weil das klingt falsch ja wir reiten uns doch mal hin und schauen mal kurz was das in der nähe gibt und holen uns dann vielleicht auch gleich den bord der turm ich würde gerne noch mal eine frau rekrutieren wenn ich ganz ehrlich bin das sieht mir eher nach einem mann aus deswegen werde ich da jetzt mal nicht hinlatschen auch gott so dank gut sie hoch hier sind ja anscheinend 25.000 kisten der preis eines ablassbriefes für die sünde des außerehrlichen küssen wurde auf 1000 florenen gesetzt oder auch gar keine ich glaube diese kisten sind irgendwie unterhalb oder anscheinend sind die kisten unterhalb muss hier irgendwo versteck oder ihm so irgendwo irgendwie muss man ja da reinkommen hier ist auch eine aber die ist auch nicht also die ist mir jetzt nicht darum das könnte mal gut sein dass die hier ist ja wunderbar also ja ich habe herausgefunden in den kisten gibt es ganz ganz viele sachen für die geschäftsaufträge das will am liebens in den kisten gibt es gibt es sachen für die geschäftsaufträge und das ist eine der möglichkeit man kann natürlich auch was anders konnte man auch noch machen aber ich weiß ich nicht mehr was das war aber das ist das ist der aussichtspunkt offen auf dem viadukt weil hier der leonardo ist die frage ist kann ich den hier so etwas wer hat kommen ok dem bord zu tun kann ich jetzt mal ok da muss ich auch gut da muss ich mal zu dem bord zu mir laufen als ich da anscheinend nix ich würde sehr gerne kann aber nicht ja kann gerade nichts machen dagegen aber ja das ist hier eine möglichkeit diese gegenstände zu finden für ähm für die geschäftsaufträge die man hat ähm was man noch machen kann wäre natürlich die wachen ausrauben das ist aber naja das ist da kann man glaube ich nur eine drei oder sechs prozentige chance gegenstände zu finden was jetzt nicht so präckend ist und ähm deswegen ist es die beste variante in den kisten zu finden natürlich kann man auch dass sie noch schicken bei den assassinen aufträgen klar das ist die ein das ist die beste möglichkeit ähm komm her komm her ja was gleich auf dem pferd hoch springen so mal kurz ausrauben hier den jungen mal kurz schauen was was für ein assassine ist könnte du wieder eine frau sein ja ist eine frau komm her und tot und tot sehr schön oder ist das ja das ist eine frau die befreiung holmes hat begonnen ihr habt meinen dank und meinen respekt erlaubt mir mich euch anzuschließen natürlich natürlich ich verlieren wenn den was das ich moll schnellgeh'n weiter runtergefahren das zieht vielleicht mal ein paar wachen an dann gut sein hier ist ein robotes grab das ist schön aber da können wir mal das können wir mal besuchen das wäre eine gute idee wenn wir mal reinschauen ja ich bin runtergefallen so wie du es gewünscht hast komm nur und schau ist der im turm oben oder warum zieht zuck das so ein schützer hat mich gesehen das ist eher nicht so gut er ist wirklich im turm oben witzigerweise und ich muss jetzt auf dem turm hoch irgendwie das genau fällt ja ok ja klar da wäre ja da wäre eine mögliche gewesen am turm ist auch geil dass sich einer von den turm befindet es war es das unflug sich mit dem budget anzulegen komm her da kann man nur wieder drauf steigen das ist sowas von bescheuert na komm steh auf bämms bämms zehnten niederschlagen kommen ich sehe keine ich sehe leider keine anzeige ok ja ja gut so geht es auch was soll man machen der letzte turm nicht so sehr schön sie ist gerade der heutige tatort war das da wer ist es die serie tatort die es spielt hat ist gerade in einer bekannten dorf sich jetzt mal so der turm ist erledigt das turm offensive heißt ja dass alle türme der bord vernichtet sind soweit ich das jetzt sehe ich glaube wir haben keine turm mehr darüber ist sind alle türme vollkommen weg so das heißt wir können wir können noch einen einzigen assassinen rekrutieren das würde ich auch gerne machen aber hier ist halt gerade keiner na gut auf jeden fall mal ich renoviere mal kurz die stadt hier dann kann ich auch das produkt wieder renovieren aber ich würde gerne dieses das romulus grab machen und vorher aber die assassinen losschicken aber da hätte ich gern hat schon alle assassinen die man haben kann damit die assassinen halt die mission machen können während ich im grab bin so nachher dann noch kurz gucken ich werde glaube ich die restlichen städte die sonst noch gibt oder sagen wir so die restlichen geschäfte vielleicht offscreen vielleicht offscreen beenden damit sich da mal was tut in der hinsicht oder sagen wir so damit ihr das halt nicht erleben müsst so jetzt habe ich gerade vorige woche auch noch gerade eine folge warframe hochgestellt am sonntag muss aber sagen dass das jetzt nicht die schule machen wird dass ich jetzt jeden sonntag eine folge warframe hochstelle weil ich immer noch dabei bin dumm 98 ähm thundnail vorlage und textvorlage und ähm vielleicht ein overlay zu machen dass ich dann immer einblende ähm während ich also wir nie folge startet das ist ein bisschen ja Metall bin in diesem außergewöhnlichen geschäft so kunstvoll endet seht selten das ist halt gerade das das ist halt ein bisschen aufwendig weil ich jetzt wie gesagt also wie ich das schriften beim offer mit habe ich versuche immer so ein bisschen was zu ändern von staffel zu staffel und jetzt bin ich dabei so kleinigkeit zu ändern und ich bin auch fachmann für feine unterkleider das soll jetzt nicht nicht überstürzt sein und ich will die männer fühlen da kennt ich sagen wir haben uns einfach ein wobei wie gesagt ich gern hätte gerne dass es hier noch vorher das problem ist dass ich halt eine frau will das ist halt mein großes problem weil ich grundsätzlich so viele männer habe und jetzt hätte ich auch noch eine frauenquote hier drinnen vielleicht ist das ja glücklicherweise eine frau vielleicht hat mich das ist ein griff gott bisschen gehört und schenkt mir jetzt hier eine frau aus also sie ja das ist leider ein mann das ist schade dann reite ich mal hier hoch vielleicht ist das der frau ich immer hier runterkomme am besten so leonardos dinge haben wir natürlich erledigt weil ich das in erinnerung habe ich sechs minuten noch eine auch man habe ich jetzt sechs minuten noch noch das romulus grab schafft ist fragwürdig durchaus mehr männer als frauen muss ich sagen aber das kriegen wir hin irgendwas das ist in unserer sasinenbasis möglich würde ich vielleicht auch mal hinschauen das ist wieder da oben meine fresse kann ich dann nach oben reiten mit meinem pferd das ist schon voll aus atem mal kurz schauen was das ist eine frau oder man eine frau sehr schön alter halbärchen na gut so geht es auch wunderbar so schnell ich mir das nicht gedacht die befreiung holmes hat begonnen euer kampf ist mein kampf bitte lasst mich euch folgen natürlich problem so was ist in unserer sasinenbasis eigentlich möglich weil die uns angezeigt wird das ist nämlich das interessante da ist unserer das ist das level möchte aber etwas von uns so ich glaube mal schnell zu kassieren ob es neue aufträge gibt es ist zum glück nicht weit weg aber bei den dieben habe ich bei den sollten habe ich die wein quartiert das ist ja nicht so prickelnd aber ok gibt es in der neue quest oder ok ja man weiß ja nicht ob es eine neue quest gibt also ok ja 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 das gefällt mir ganz gut also sie nennen so jetzt haben wir alles dass sie sogar eine einzige blonde assassin haben wir hier und ich glaube sogar eine rothaarige weil ich jetzt sicher bin was das was die zweite final war wird ob haben wir relativ ausgeglichen 1 2 3 4 1 2 3 5 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ja das passt 1 2 3 4 5 6 ja genau das super so dann kann man die noch aufrüsten derer kann man auch auf also die kann man auch aufrüsten dann haben wir jetzt hier noch die beiden und sie gehen wir mal eine raffe oder hat noch eine zweite zweite quertings ok gut dann können wir jetzt mal schnell die aufträge durchgehen so das schafft neuner ganz alleine wie sieht es mit 8 aus okay die braucht hilfe die fünfer brauche ich jetzt mal nicht mitschicken keine 1 brauche ich nicht mitschicken dann schicke ich aber die fünfer mit so ein dreier auftrag für zwei wäre ganz wäre für die beiden wäre ganz okay das schafft ja schaffen die aber nicht alleine okay habe ich irgendwann ein zweier auftrag für die ja es wäre mir zu riskant jetzt die damit zu schicken der neuner schafft alleine und er soll dafür hat einfach die die einzige mitnehmen dann suchen wir noch einen vierer auftrag dann nehmen wir auch einen typen neuner mit der schafft das auch alleine oder nehmen wir die mit denn das geht nicht okay ich nehme den typ mit und der soll auch die frau mitnehmen das sollte eigentlich reichen auch da nur für die für die quest brauche ich wirklich komplett volle assassinen die 3er quest ist jetzt für den achter egal so alles erledigt das leuchtet das assassinsymbol nicht mehr vielleicht später vielleicht gehe ich da später hin boah so viele symbole sind echt echt heftig ok wer mit schon hier oben sind macht das romulus gab ich glaube dass das ok ist aber jetzt zwar nicht komplett die rüstung da war also meine komplette rüstung dabei aber also weil ich ja ich wollte eigentlich reparieren dazu bin ich nicht mehr gekommen aber was soll schau mal neben köst wird es natürlich auch gerne alle machen was natürlich auch ein bisschen schwierig ist so was braucht ihr waren da mitgenommen und das pferd darf gerne mal kurz hier alleine rum rum latschen wo ist denn das grab wo ist denn das grab hier definitiv nicht schau mal kann ich so einfach hier das grab zu finden müsste hier sein aber hier ist halt gar nichts hier gibt es jetzt und dann hier geht um ich hier kann ich das es Vielen Dank.